Die Pfosten ist ein Lager und die Deutschen Pfosten sind Pils. Die brauchen das in Lizenz, glaube ich. Aber es ist anders als die Englische. Oh, es trägt immer noch. Ich geh nur australisches Pfosten. Ich geh nur australisches Pfosten, ja. Ja, aber es wird gebraut anderes für Deutschland. Oh, so! Helbert trinkt das gerne in Englisch, auch fast. Und ihr trinkt, magst du das nicht? Weil es zu viel mehr ist. Ich trink das auch gerne in den Vorex. Vorex, ja. Das ist auch lecker, ja. Ja, ich habe euch jetzt alle auf der Kamera, sehen Sie? Und Willy, auch. Wir filmen jetzt? Ja. Marvellous, nicht wahr? Ja. Gut.